Einfach weil der Westen, und das merken wir in Deutschland meines Erachtens schon, ja, ich halte Deutschland, da bin ich sicherlich offiziell in einer Minderheitenposition, aber ich denke, ich bin nicht ganz allein. Ich halte auch Deutschland für kein westliches Land, habe es nie für ein westliches Land gehalten, aber bitteschön auch kein östliches, kein südliches und kein nördliches. Und wir stehen in Europa vor dem Beginn einer größeren Ausdifferenzierung wieder hin zu nationalen Selbstbewusstseins, zum Selbstbewusstsein einzelner Räume, was sich selbstverständlich auch historisch legitimiert. Das stört die Anhänger der europäischen Einigung, deren Ziel nun ein ganz anderes ist. Aber ich glaube, dass die Geschichte mir recht geben wird oder denen, die in ähnliche Richtung denken, wie ich das gerade geäußert habe.